Heute morgen 9 Uhr war der Sondertransport da. Wie fährt es sich so mit so Pferden? Wir sind sie nicht selber gefahren, sondern wir mussten schon eine Spedition beauftragen und die musste eine Sondergenehmigung beantragen, um die Pferde hierher zu fahren. Also wir sehen im Hintergrund vier Pferde, die porzellanähnlich gestaltet sind. Es sind zwei Steiger und zwei trabende Pferde. Und in der Mitte werden die Pferde von einer Bavaria oder von der Bavaria gezügelt. Und das Ganze war jetzt in Leipzig hergestellt worden? In Dresden. Wie lange arbeitet man an so Pferden? Von der Idee bis zur Entwicklung fertig? Ja gut, wir haben jetzt von Anfang Mai bis jetzt gearbeitet. Das heißt parallel dazu auch das Musikkarussell. Es sind dann immer Arbeitsschritte, die eingehalten werden müssen. Also man kann einen guten Vierteljahr sein. Das Musikkarussell, das sind die kleinen Pferde, die drin liegen? Mit kleinen Pferden, kleinen Pferde genau. Und oben der Plafond, wo die kleinen Pferde drin hängen und sich drehen. Aus was bestehen die jetzt? Die großen Pferde bestehen aus Stahl, Styropor und werden dann mit Polyester übermantelt, sodass sie entsprechend auch Stoß und also relativ Stoß und wetterfest sind. Wie lagert der Herr Able die Dinger dann im Winter ein? Gibt es so einen eigenen Container? Wie wird das dann? Nö, die sind so stehend jetzt und die kann man draußen lagern mit einer Plane oder drinnen in der Halle. Es ist wieder schön auf den Wiesen zu sein. Vor vier Jahren letztes hatten wir ja den Paulana Krug gebaut. Zwischendurch danach hatten wir das Kalbskuchel und haben auch schon für einige Schaustelle gearbeitet. Das heißt, wir haben mit dem Herr Able schon ein bisschen Kontakt gehabt? Ja. Wir werden mit dem Herr Able schon aus dem Christen und gab es heute anderen Farb. Nö, die sind hier bei den Frau und Schaustelle. Für die Frau in der Kultun steinponbrühe kann wollte ich den Kultun aperitenden Kultun für die Erde. Und, dass sie keine Herr dikrumplühe mehr gemacht haben kann. Der ist gut, als ich der Kultun, der Kultun. Die Frau und die Frau vom Grow. Denkrumplühe. Die Frau und die Frau aus der Kultun, die Frau in der Kultun. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann müssen wir aber ... Weiter runter, das darf ich nicht machen. Genau. Dann müssen wir die beiden Flickern gehen. Flickern, die Flickern, die Flickern, die Flickern, die Flickern, die Flickern und dann Flickern. Da machen wir jetzt einen Mittelpunkt bei 80 oder bei einem Meter. Bei 80 ist dann fast ... Wenn ich auf der Leiter und drauf bin, ich war eher 80. Wenn ich auf der Leiter und drauf bin, dann war eher 80.